Die Verdächtigen im Fall der in Wien Donaustadt aufgefundenen getöteten 13-Jährigen seien amtsbekannt, teilt der niederösterreichische Asyl- und Integrationslandesrat Gottfried Waldhäusl am Dienstag mit. Beide seien wegen Gewalt- und Drogendelikten aufgefallen bzw. in Haft gewesen und verblieben laut Waldhäusl aufgrund von ewig andauernden Verfahren in unserem Land. Waldhäusl bezeichnet Innenminister Karl Nehammer und Justizministerin Alma Sadic in einer Aussendung als mitverantwortlich für diese unfassbare Tat. Gleichzeitig unterstrich der Landesrat, dass er definitiv keinen einzigen straffälligen Asylwerber mehr in Niederösterreich dulden werde. Innenminister und Justizministerin bekämen alle frei Haus vor die Tür geliefert. Waldhäusl betont, dass straffällige Migranten umgehend abzuschieben seien. Sie hätten in Niederösterreich nichts zu suchen. Ihm ist es lieber, dass einer zu viel als einer zu wenig in den Flieger nach Hause steige, so der Landesrat. Die getötete 13-jährige Stamme aus Niederösterreich, die beiden tatverdächtigen afghanischen Staatsbürger im Alter von 16 und 18 Jahren, wurden am Montag festgenommen.